Alura von Forbo. Hochwertige Designbelege, die in jeder Hinsicht überzeugen. Alura Designbelege glänzen durch ihre starke, natürliche Ausstrahlung. Sämtliche Farben werden exklusiv entwickelt, mit Druckbildern, in denen kein Muster dem anderen gleicht. Die vielfältigen Farben, Formate und Konstruktionen erfüllen sämtliche Wünsche, auch an eine dekorgleiche Verlegung in verschiedenen Gebäudeteilen. Die Designs sind in 14 unterschiedlichen Prägungen sowie gefassten Kanten erhältlich und sind individuell auf jede Optik abgestimmt. Das Ergebnis ist eine besonders authentische Flächenwirkung. Wählen Sie Ihren Favoriten aus. Designbelege zum Klicken, Lose verlegen und Kleben. Sie entscheiden. Alle Varianten setzen technische Maßstäbe. Die besonders hohe Dimensionsstabilität sorgt bei allen Varianten für ein optisch sauberes Erscheinungsbild mit geschlossenen Fugen. Die werkzeitige PUR-Oberflächenvergütung erleichtert die Pflege und hält auch starker Belastung in allen Situationen stand. Zudem garantiert die R10-Antirutschausstattung stets höchste Sicherheit. Alle Designbelege werden im eigenen europäischen Werk nach höchsten Qualitäts- und Umweltmanagementstandards hergestellt. Allura ist zu 100% recyclingfähig und frei von phtalathaltigen Weichmachern. Wir sind überzeugt, dass Allura auch für Sie die perfekte Lösung ist. Aber machen Sie sich Ihr eigenes Bild und treffen Sie Ihre Wahl.